Wenn dieses Drecks-Video 20.000 Likes bekommt, dann spiele ich, dann mache ich das auf Office weiter, dieses Elend. Ich habe noch nie ein Video auf YouTube gehabt, glaube ich, was 20.000 Likes hat. Wollt ihr mich verarschen? Das Video ist vier Stunden raus, gefühlt. Ich habe in meinem Leben auf dem Live noch nie ein Video mit 20.000 Likes gehabt, glaube ich. Vielleicht eins, was jetzt fünf, sechs Jahre alt ist und richtig Views gefarmt hat. Ich ballere manchmal Bretter raus für ein Matchmaking-Abenteuer, wo Clips der letzten vier Monate reinfließen. Ich 40 Stunden an so einem Video hocke manchmal. Die machen alle 100.000 plus Aufrufe und kriegen so im Schnitt 6.000, 7.000 oder 8.000 Likes. So, jetzt geht es darum, mich in die Office-Solo-Queue-Hölle zu schicken. Und ich sage eine Zahl, die es an Likes zu erreichen gilt, damit ich das machen muss, von der ich ausgegangen bin, dass es niemals drin ist, weil ich das noch nie erreicht habe. Ich mache einen Real-Live-Stream, wo ich spazieren gehe, komm Reh und zweieinhalb oder drei Stunden nach dem Upload sind die 20k geknackt. Es haben 74.000 Leute gesehen und ein Drittel davon haben geliked. Was seid ihr eigentlich für sadistische Arschlöcher? Sonntag sollte immer der Tag sein. Sonntag kein YouTube-Kram, Sonntag immer chillig, schön langer Stream mit guter Laune, nichts, was tiltet. Und ich dachte zusätzlich noch, 20k, scheiße, könnte doch stehen, die Leute scheinen Bock drauf zu haben. Aber doch nicht noch drei Stunden, Mann. Ich dachte, ich kann jetzt so eine Woche chillen und muss nicht direkt hier wieder rein. Zusätzlich habe ich noch den fettesten Pickel meines Lebens mitten auf der Nase. Guck mal, wie ich leuchte. Und das wird auch auf YouTube kommen. Der geht nicht weg, er ist so tief drin, da kommt nichts raus. Ich drücke jede Nacht, jede Nacht drücke ich, da kommt nichts raus. Und jetzt muss ich hier Rudolf-Red-Nose-Renty auf Office-Solo-Queue fertig machen. Mit rotem Tross-Faktor untrusted, auch das noch. Ich hoffe wirklich, dass ich mich so maximal tilte, dass ich im Anschluss instant den Stream ausmache und mich einfach nur ins Bettchen einlege. Office-Solo-Queue. Als wäre es im Squad nicht schon schlimm genug. Ich darf natürlich mal wieder bestätigen, dass es mir bewusst ist, wenn ich jetzt Untrusted spielen sollte, was ich machen muss, weil ich sonst mit OBS nicht mehr CS streamen kann. Seit vier Wochen. Bestätige ich natürlich gerne, dass es meinen ohnehin schon roten Tross-Faktor noch weiter negativ effekten wird. Aber es geht nicht anders. Du kannst dieses Spiel nicht mehr ohne Legs streamen, wenn du keinen zweiten Streaming-PC hast, was ich nicht habe. Also muss ich Office, was eh schon zerhackt ist und für Aids des Todes, muss ich auch noch untrusted rein. Und alleine. Meine Hand will nicht, will nicht, sie sieht immer wieder zurück. Sie will das nicht. Ich will es auch nicht. Ja! Ich glaube fast, dass so wenige Leute Office suchen, dass ich jetzt gestreamt-snipe werde zusätzlich noch. Ich werde jetzt mit dem 11-jährigen Kevin, mit dem 12-jährigen Matthias und dem 8-jährigen Jeremy Pascal gematcht werden. Und ich werde begrüßt werden mit den Worten, irre, drill, dass ich mal mit dir spielen darf. Allein dieses Bild macht mich schon aggressiv, was ich hier gerade sehe. Wer ist das denn? Schweine im Finn, den haben wir auf der Friendlist. Wer ist das denn? Wer ist denn Schweine im Finn? Es ist Nallik! Es ist Nallik! Und ich sage doch, die 12-jährigen Kinder, es ist Kilian, es ist einfach nur Nallik. Nein. Und er verrafft es, weil er so dumm ist. Ey, er hatte noch Schweine im Finn. Jetzt macht er Finn rein. Er möchte ein Fake-Profil machen. Ich gehe einfach nur auf sein Profil. Und es steht ganz fett oben. Steam-Community-ID-Slash-Nallik Und wenn man jemanden auf der Friendlist hat, sieht man zusätzlich noch das Abzeichen. So, was sagen die Mates? Wir haben außerdem noch KML. Das ist, glaube ich, eine portugiesische Fluglinie. Und die heißt KLM. Poco Loco. Gregor. Und im Gegnerteam haben wir OKCS. Aus Russland. Und alle haben nichts auf dem Profil. Ja. Russian Federation. Zwei Freunde, nichts auf dem Profil. Das ist Office. Ich weiß nicht, warum die Russen so gerne Office spielen. Und irgendwie haben die alle frech an, die auf Office spielen. Das Problem ist, das riesengroße Problem ist, jetzt bin ich es, der schon diesen Grundtilt hat. Obwohl die Idee der Serie war, mit guter Laune reinzugehen und die eigene gute Laune auf die Mates zu übertragen. Aber wie soll ich denn bei einem Office-Match gute Laune haben? Wisst ihr, was richtig geil wäre? Wenn das jetzt das beste Match meines Lebens wäre und ich nicht noch sieben Wochen lang jeden Sonntag Office-Solo-Q spielen muss. Hello. Hello. Do you guys also have microphones? Check mal Gregor ab. Gregor hat das komplette Steam-Profil privat. Ich recherchiere jetzt bei Nalik, ob es da einen Gregor gibt. Und natürlich gibt es bei Nalik auf der Friend ist einen Gregor. Gregor, what's up? Side-Side-Side-Side-Room? Ich weiß nicht mehr, was man hier callen soll. Shut the fuck up, let me play. Was ist das? Sag mir bitte nicht, dass zusätzlich auch noch Röder... Sagt mir bitte nicht, dass das nicht Nalik und dann aber zusätzlich oben drauf auch noch fucking Röder ist. Oh, nice, Kamel. Come on, guys, let's talk. Gregor, do you have a microphone, my friend? Röder, du kleines Dreckskind, rede jetzt mit mir. Ich weiß, dass ihr jetzt seid, ihr fucking Schicks. Kilian, du kleiner Bastard-Kopf. Und Gregor? Hä? Röder, du Hund? Ist Sniper ein Ratten? Kilian, auf der Rapidland, du kommst da in Einzelteilen wieder raus. Das ist doch so weg hier. Das Ding ist, ich hätte es nicht gerafft, wenn Kilian nicht so unfassbar dumm wäre. Wenn Kilian nicht so dumm wäre, hätte ich es absolut bestellt. Gregor, absolut alles Profil, privat, nichts zu sehen, habe ich auch nicht in der Friendlist. Der Kilian nicht so dumm wäre und nur seinen Avatar und Namen ändert und denkt, ich habe es nicht. Sehe aber seinen Rang und Sim-Community, slash ID, slash Nalik, dann hätte ich es absolut bestellt. Und mich wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang drüber aufgeregt, dass keiner mit mir redet. Behind-TV? Ach, die spielen echt Negev und das ist ekelhaft. Ach, shit. Oh, Negev ist so ekelhaft auf Office. Mann, das ist doch auch eine Map, die macht beim Spielen keinen Spaß. Die kann euch doch zum Zugucken noch weniger Spaß machen. Das ist ein einziges Geschifftet, diese Map. Du musst als T einfach nur mit einer Negev in der Base rumlamen und warten, dass die Gegner kommen. So, aber sag mal, ist Poco Loco jetzt auch noch einer von der Bande? Ne, Poco Loco ist ein Cleaner, random. Poco Loco, where are you from? Poco Loco? Der kommt ins Game und mutet alle seinen Mates. Jeden einzelnen. Ausnahmslos. Das ist doch keine Map, das ist doch keine Map. Sie spielt doch keinen Mensch, der größer als Legendary Eagle ist freiwillig. Guck mal, hier kannst du fünfmal absmoken, da ist kein Durchkommen und du wartest einfach nur hier. Es kommt gleich ein Molo und ich verbrenne in dieser Ecke. Ja, 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 ja. Ich glaube, die spielen das in Russland so gerne, weil du mit fünf Promille voll alkoholisiert da sitzen kannst und du kannst diese Map trotzdem noch spielen. Da musst du nicht laufen wie auf das zweite Mirage, da dreht sich da nichts in deinem Kopf wegen der Bewegung. Du kannst einfach nur sitzen und musst einfach nur abdrücken, wenn jemand in dein Fahnenkreuz läuft. Nice, Poco Loco. Oh, nice try. Ich mach auf Scout. Du brauchst entweder irgendwelche Sachen, womit du drüber rennen kannst, wie zum Beispiel P90 oder so, oder halt Long Range und einfach nur versuchen zu hitten. Werden halt nicht off gehen. Die spielen halt Office richtig eigentlich, aber trotzdem sollte man sich schämen. So wie die gerade spielen, musst du diese Drecksmap tatsächlich spielen. Du musst einfach nur abschiften. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwelche kranken One-Ways gibt oder solche Faxen. Ich sehe doch nichts. Close, close right. Nice, Poco. Da war einer mit Awe. Come on, das push, push, push. Nice, let's go. Nice. Nice, come on. If we get five rounds, we win. Stumm. Also, es gibt wenig Leute, die dümmer sind als Nullik. Aber Rudder denkt noch immer, dass er es nicht aufgedeckt und holt sich jetzt noch einen Voice Changer. Sag recht, hier queuen, wir haben bestimmt 50 Leute reingecuht, um jetzt das Game mit mir zu spielen. Ich kriege die beiden nervigsten, dürmsten Leute aus meinem kompletten Chat. Rudder an Inkompetenz und Intelligenz nicht zu unterbieten? Ach, fuck. Oh, nice Gregor, insane player. Gregor, kannst du nur drop? Thank you, my friend. Gregor macht die Frecks. Aber wo kann ich mal hier durchkommen? Das Ding ist, die Schiffe nur halt die ganze Zeit. Was eigentlich gut ist. Da wurde er gerade gezoist. War das Nullik? No, no. Hey! Nice, let's go. A Flash. Hey, I got a hostage. I'm through, I'm through. I got it, I got it. Jawohl. Let's go, so I got a hostage. We got it, I got it. Let's go, let's go. Killian getaste. Finn, did you just get used, my friend? Have you been tasered, my friend, Finn? Das Ding ist, ich kann mich nicht mal freuen, dass ich hier Killian und Rudder als Primates habe. Weil ich glaube, ein random wäre besser gewesen. Entry machen und weg. Entry machen und zurück. Oh, da schifft noch einer in dem Scheißraum hier. He got burned damage. He's in the second room. Close right in the toilet room. Toilet paper room. Nice. Ich glaube, das Game zählt nicht. Ist ja kein Solo-Queue. Das Ding ist, Office suchen so wenig Leute. Wann immer ich das Sonntag mache, werden Leute mich snipen. Und da seid ihr dran schuld, weil ihr Office nochmal sehen wolltet. Das geht nicht. Nächsten Sonntag suchen dann 200 Leute rein, die versuchen wollen, in die Lobby zu kommen. Das geht nicht. What the hell? No. Oh, you have a microphone, my friend. Koko Loko hat ein Mikrofon gefunden. Public Connection. What the hell? Wie kommt der da hin? Secret. Scheiße, der called. Ich weiß nicht mal, wo Secret ist. Nein. Ach, er steht ganz rechts. Mist. Ich weiß nicht, was ich hier callen kann. In der TV-Room. Wenn noch zwei, drei Gewinnen, dann sollte das eigentlich locker durch sein. Mist try. Call muss reichen. Er holt mich durch Smoke. Du musst als T nur warten und auf CT musst du YOLO einfach nur irgendwie dumm reinrennen und hoffen, dass du irgendwie ein Loch reinreißen kannst und nicht in der AWP oder Necalf reinrennst. Das ist doch wirklich die schlimmste Map im Spiel. Du hast als CT zwei ganz enge Gänge, wo du rein kannst. Hier. Der gibt es sich wieder durch Smoke. Oder lang. Und beide Male ist es ein ekelhaft langer Gang, der noch weitere ekelhaft enge Gänge führt. Guck dir das an. Genau das. Wir sind hier stuck. Hier sind wir stuck. Und der ist auf lang stuck, weil gesmoked ist. Und du wartest einfach eine Minute ab, bis diese ganzen Granaten weg sind. Und dann kannst du versuchen, vorzupushen. Davor gibt es keine Möglichkeit, irgendwie auf diese Map Richtung Hostage zu kommen. Das ist Müll. Das ist kompletter Müll. Mit vier Mann. Mit vier Mann hocken wir jetzt seit einer Minute hier. Du kommst keinen Schritt nach vorne. So, jetzt pieke ich. Komm mal. Und jedes Mal wird die Zeit knapp. Oh, nice. Und wenn du Glück hast, sind die Gegner so schlecht, dass du trotzdem irgendwie durchkommst. I have the Hostage, my friend. Und mit Hostage wissen auch viele nicht. Ihr rennt bei der Hostage mit einer Waffe in der Hand genauso schnell wie mit Knife draußen. Nice. Aber man läuft mit Waffe raus tatsächlich genauso schnell wie mit einem Messer. Kleiner Funfact am Rande. Oh, ich meine die ganzen Golden Ovas im Chat. Die fassen sich jetzt in deinen Kopf und fragen sich, Leonard, du bist Global mit 10er Sturm. Wie kannst du das nicht wissen? Das ist es nämlich. Ich bin Global. Ich spiele so einen Müll nicht. Da würde ich mal hinterfragen, warum ich das weiß. Als Golden Ova-Dattler mit 1K-Stunden. Warum weißt du das? Und warum bist du ein Golden Ova und ich bei Global? Könntest du vielleicht daran liegen, dass du so einen Müll spielst, mein Freund. Anstatt mal sich hinzusetzen und die ordentlichen Maps zu packen und da ein bisschen was zu reißen. Vielleicht liegt es daran. So. Jetzt schön mit dieser Grund. Ich crash mal hier rein. Finn macht die aus dem Weg hier. Finn haben wir gerade Fleischfolie, mein Freund. Let's try. Größeres an, jede Runde gleich. Du bist hier stuck. Du bist hier hart stuck. Wartest bis 30 Sekunden auf der Uhr sind und die Granaten endlich alle verworfen sind. Das ist doch kein Counter-Strike. Warum? Und das auch nochmal. Bitte. Warum? Warum ist diese Map noch im Spiel und du kannst seit zwei Jahren kein Kobbel spielen? Aber hier jede Runde zweieinhalb Minuten gegen die Wall of Smokes warten und dagegen laufen. Das ist safe. Lieber Game. Das ist safe. Das wollen die Leute. Office ist 20 Sekunden laufen, dann zwei Minuten an der Stelle stehen und dann ein Coin-Flip, ob du die Fights gewinnen kannst oder einfach abgelähmt wirst. Aber wir haben fünf Runden. Fünf Runden ist nicht schlecht. Das Ding dieser Serie war ja, mit guter Laune gewinnen. Das wird aber nie passieren. Ich glaube, ich weiß nicht, was passieren muss, dass ich von Beginn an in einem Office-Match gute Laune habe und sich die gute Laune bis zum Ende überträgt. Das ist auf jeden Fall schon mal bei jeder Runde oder bei jedem Match ausgeschlossen, wo du CT startest. Weil ich jedes Mal als CT tilt sein werde, dass ich entweder hier eine Minute warten muss oder vor dem scheiß Seitengang eine Minute warten muss. Wenn ich als T einfach nur lane kann, mit Negev reinsprayen und mit der AWP reinhalten, vielleicht. Vielleicht habe ich dann nach der ersten Halbzeit auch noch gute Laune. Und dann einfach noch schön drüber fliegen, die erste CT-Runde gewinnen. Eigentlich kann ich nur einen Office-Match mit guter Laune beenden, wenn wir einen 16-0 machen und ich auf der CT-Seite angefangen habe. So, hier, nächstes Mock. What the fuck? Oh, der hat den halben Automaten ausgeräumt. Bumm. Was? Der hat Anti-Aim. Er hat Anti-Aim. Der hat Anti-Aim. Der hat Anti-Aim. Der hat Anti-Aim. Der hat... Das ist ein Russe im Office-Matchmaking. Er hat Anti-Aim. Er guckt 90 Grad in die andere Richtung und hittet No-Scope. Im Rückwärtslaufen. Guckt in eine andere Richtung. Und der hat schon dreimal durch Smoke gegeben. Oh, juhu. What the hell? Er hat nicht an... Er hat nicht an... Er hat nicht an... Das war kein No-Scope. Ich wollte mir in die Hand boxen. Ich wollte mir so in die Hand boxen. Und das Mikrofon war dazwischen. Ich mach voll dem hier. Ey. Es sind wieder die Russen auf Office, die frech machen. Ohne Scheiß. Wenn wir das irgendwie gewinnen, obwohl der offensichtlich frech anhat, dann spiele ich nicht mehr Office. Egal, ob gute Laune oder schlechte Laune. Hundertprozentig hat er an. Das heißt, einzige Chance, dass ich da was machen kann, ist prediken und pre-feiern. Oder nah rankommen. Wir probieren es jetzt mit nah rankommen. Let's go. Oh, don't go there, Poco. The first guy has wallhack. Don't, don't cross smokes and stuff. Da, guck mal. Wieder wallbang durch Smoke. Nice hacker down. Play together. Play together, please. I beg you. Dies ist ein Toilet-Room. Und das Schönste wird wieder sein, das Schönste wird wieder sein, das Movement von dem anzugucken. Das Movement von diesem Silber-Shit. Aus Russland. Der hier 23 Kills hat und neunmal gestorben, obwohl er mit wallhack frech durch Smokes und Wände gibt. Zehnmal gestorben. Und schafft nur neun Runden auf der T-Seite. Ich bin schweißgebratet jetzt schon, ne? Ich könnte jetzt ein neues T-Shirt anziehen. Und nicht nur komplett, weil es so warm ist hier, sondern weil ich gleich einen Nervensternbraucher erleide. They're coming right, side of office. Don't go, Gregor, let's go together. Let's go. Three to one, go. Ich hab uns... Der gibt mir auch noch einen Headshot. Der gibt mir einen Headshot durch, Gregor durch. Die Ecke ist noch geiler, ne? He's out. Alles klar, es ist Cheater, last long. 20 seconds. Lass mich auch noch mal drauf mit dem Kinian. Lass mich auch mal draufsetzen auf den Mund. Okay. Ich geh auf die alte Trusted P90. Guck, da geht's wieder los. Durch Smoke im Kopf. Das können wir eigentlich nicht gewinnen. Der wird noch richtig, richtig frech. Wird er noch machen. Ich glaub, da wird nicht irgendwelche Smokes peaken. Ach, guckt euch das an. Scheiße, der muss halt echt nur warten. Der guckt euch das an im vollen Laufen, alter Mann. Warte, für den Pick, der ist richtig frech. Der eben nicht ab. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Der pickt die Ostin. Mann, ey. Kilian upgraded mal deinen scheiß 5 Euro, Headset, Mann. Long, long haul. Willkommen closer, long? Ach ja, der hat doch auch... Ach, der hat doch auch angemacht, die Cruyts. Gute alte Globwurst. Ach, guckt euch das an, Mann. Der hat 100% Settings. Und es sind immer dieselben. Es sind immer irgendwelche Russen mit Low Accounts auf Office. Die letzten 7 Office Matches, die ich gespielt hab, war genau das. Gegen irgendwelche Russen mit Low Account, die richtig frech anhaben. Nein. Ach, Mann, scheiße. Ach. Alter. Du verlierst minus 1600 Dollar, wenn du eine Hostage anhättest. Der drückt dir einfach mal in die Fresse. Ich weiß gar nicht, ob das auch ins Negative geht. Ob er nächste Runde dann noch weniger hat. Guck mal da. Wie er da schon versucht, durch die Wand zu schießen. Guck mal, wer da... Der steht da einfach nur und wartet. Der Smoked da. Nicht durch die Smoke, Mann. Er hat doch keine Smokes. Guck mal da. On the right. Ah, da kannst du nichts machen. Da kannst du machen, was du willst. Der hat halt maximale Settings. Shit. Oh, die haben ihn. Das Ding ist, du kannst dich halt auch nicht über irgendwelche Runden freuen. Weil du weißt, wenn es hart auf hart kommt, macht halt ein Spin-Bot oder irgendwas an. Oh, versuch mich da etwa Mr. Happy zu bangen. Mal wieder mit Deagle Headshot durch Wand. All close to you. Ach, Mann. Du brauchst es halt nicht probieren, Alter. Der hat halt die maximalen Settings. Der gibt halt durch alles. Das brauchst du halt gar nicht probieren. Ich denke, we can just push. Let's use this. Oh, der kriegt einen Disconnect. Cheated left. One more down there. Oder? Aber das ist ja wirklich scheiße. Ach, Mann, ey. Ach, fuck. Aber er versucht es halt auch gar nicht zu heilen. Demo wird richtig lecker. Gute Pre-Nate. Stand hier sonst nie. Jetzt kommt die Pre-Nate aus dem Nichts. Und da kriegt plötzlich wieder durch Smoke von Habito. Oh, Habito ist tot. Er will es nochmal auf den 1614 ankommen lassen, glaube ich. Da brauchst du dir die Demo schon fast nicht angucken. Weil es halt so schon so offensichtlich ist, wie lächerlich der ist. Oh, guck mal. Hätte ich fast wieder durch eine Smoke kassiert, oder? Achtung, er will das perfekte Timing treffen. Ach, Mann, ey. Jetzt will der echt ein 1614 machen. Guckt euch den Rest an. Ach, der Rest ist auch wieder so unglaublich, Ulo. So unfassbar hätten wir die genascht. Wie so ein kleiner, wie so ein Lolli. Oder einmal draufbeißen und einmal runterschluckst. Solche Snacks sind das eigentlich. Scheiße. Ah, ne, macht auch noch frech. Achtung, hier ist richtig geil, Kilian. Oh, der hat ihn geholt. Geil. Das Ding ist, das Ding ist aber, das macht er gerade extra, damit es 1614 wird. Jo. Da ziehe ich auf alle Fälle auch wieder so rum. Das wird ein 1614, ich sag's euch. Wir holen jetzt den noch zwei Runden. Jeder denkt, oh mein Gott, vielleicht geht doch noch was. Vielleicht geht doch noch was. Und in der letzten Runde wird der wieder komplett abbrechen. Aber komplett frech. Die Runde, jetzt wird er uns auch noch geben. Help, help, help. Ach ne, keine Help. Keine Help. Keine Help. Das wäre ein Free Frack gewesen, Finalec. Man, der Rest ist so low. So, oh Wunder, wir kommen ran. Hoffnung, 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 Hoffnung. Mal gucken, was Mr. Habito jetzt fertig macht. Aka-Naruto. Setze sich jetzt in der letzten Runde etwa nochmal gerade hin und wird es mindestens ein 4K machen? Wer weiß, wer weiß. Oh, Hacker-Stone. Oh mein Gott, schaffen wir tatsächlich einen Drawer? Das ist close to me. Ach shit, hätte warten sollen. Vielleicht wollten sie auch einen Drawer, der kommt halt auch gar nicht mehr. Meine ist 60. Vielleicht wollte er es sogar auf einen Drawer hinauslaufen lassen, ich weiß es nicht. Wann kriege ich eigentlich Lifetime-Sub? Wann da drückst du bitte einmal Tab? Und fragst du noch einmal, warum du den nicht hast? Oh, hey. Es fühlt sich nicht wie ein Achievement an. Weil ich weiß, clean hätten wir diese Naps einstellig weggemacht. Und ich glaube, der hat es auf den Drawer ankommen lassen. So frech, wie der die Runden alle davor gegeben hat, kann das nicht sein, dass wir da plötzlich noch 6 Runden aus dem Nichts holen. Vielleicht war er ja doch clean. Oh nein, er war im Warm-Up schon frech. Und pre-aimt durch Wände. Ich freue mich auf dieses Movement. In Kombination mit 50 Fracks. Ah ja, klar. Mach ich auch mal arrogant mit dem Fahrswitch da meine Deal-One-Tabs. Aber es wird noch richtig lecker. Also das ist ja noch, da könntest du noch denken. Da, gut, da nochmal durch den Smoke. Auch ganz interessanter Fokus. Der hatte echt von Anfang an, hattet der an. Guckt euch das an! Und da dachte ich noch, wo habe ich dann einen Headshot herbekommen? Was ist denn da für ein Unsinn-Pre-End? Da versucht er es ja noch so halb wenigstens zu verbergen. Am Ende hat es ihn aber gar nicht mehr gejuckt. Ja, Timing predicted. Ah ja, komm mal ab da hat es ihn nicht mehr gejuckt. Da hat er sich jetzt gedacht, jetzt gehen wir einfach frech überall durch, wo durchgeht. Dass wir überhaupt auf der ZD-Seite sechs Runden geholt haben, obwohl der schon die maximalsten Settings anhatte. Da kriege ich jetzt, da kriege ich durch Smoke, durch Wand, einen ganz lässigen Bang. Wenn der echt bis zum ganzen Schluss komplett anhatte. Und wir schaffen da wirklich ein Draw. Guck mal, das ist ja komplett Rage. Das sind ja komplette Rage-Settings, was der macht. Einziges, was er nicht macht, ist sich drehen. Aber viel Unterschied ist das nicht. Gucken wir mal, ob er noch so richtig frech gecheateten sehen. Ich glaube, da liegt wirklich ein Smoke. Ja, auch noch an. Ja, ja, ja. Ja, also auf jeden Fall noch immer an. Auch auf jeden Fall noch an. Ich glaube, der hat es bis zum Ende versucht. Der hatte bis zum maximalen Schluss, hatte der frech an. Wir haben es tatsächlich geschafft, gegen einen Monster-Rage-Checker noch ein Tor zu machen. So, aber an der Stelle vielleicht nochmal abschließend nochmal ein herzliches Dankeschön. Für die über 20.000 Likes auf dem letzten Video. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war nicht. Vielen Dank.